Ja, wir sind beim dritten Teil des Editing-Kapitels angekommen. Wir wollen uns jetzt mal den Gesang anschauen, was es beim Gesang zu editieren gibt. Bei den Vocals, besonders bei den Lead-Vocals, da müssen wir wirklich ganz besonders unser Augenmerk auch beim Editing drauf richten, denn diese Stimme wird später die Hauptrolle sein, das wird der Hauptakteur in dem Song sein. Deswegen müssen wir hier auch ganz genau hinhören. Deswegen nochmal, nehmt euch bitte die Zeit und editiert diese Spur genau. Auch die anderen, hört sie genau durch, hört sie auch mal solo durch, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, hört es genau ab. Ihr tut euch keinen Gefallen, Spuren, die noch ein Grundrauschen haben, die Atmer oder Klicks drin haben, zu bearbeiten. Das kostet euch nachher nur wieder Zeit, weil ihr dann in den Prozess wieder zurück müsst. Deswegen unbedingt vorher genau anhören und editieren. Das machen wir jetzt mal. Ich habe hier einen Song vorliegen von einer Band. Ist auch im Homestudio aufgenommen, im Homestudio-Keller. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es live aufgenommen haben. Und es ist alles trocken, der Mix ist noch gar nicht bearbeitet. Und ich schaue, jetzt hören wir uns mal die Gesangsspur an. Erstmal so ein bisschen mit Band, um zu hören, um ein bisschen reinzuhören. Und dann hören wir uns mal solo an und schauen mal nach, was uns auffällt und was wir gerne bearbeiten möchten. Okay, mal kurz in den Refrain reinhören. Okay, also eher ein getragenes Stück, auch mit vielen Pausen zwischendrin. Und die Stimme können wir hier nachher sehr intim mischen, also sehr weit nach vorne mischen. Und deswegen hören wir uns die jetzt mal solo an. Ja, wir hören uns jetzt erstmal komplett solo an und nachher lassen wir vielleicht ein bisschen eine Gitarre dazu laufen, um, wenn wir nachher schauen wollen, ob sie, ob er richtig auf dem Rhythmus gesungen hat oder ob wir da eventuell auch was schieben müssen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal durch, höre es mir mal solo an. Okay, also er singt hier immer so einzelne Tranchen, sag ich mal, so einzelne Abschnitte und ihr hört also deutlich, die Atmer. Wartend, kraftlos. Ja, kleine Knackser. Ich mache das immer so, dass ich es komplett wegschneide, jetzt gerade bei solchen Passagen, wo er nur so Tranchen mehr oder weniger singt und die dann hier Fade-Ins macht. Bei Logic funktioniert das so, ich fasse einfach hier oben an und ziehe so ein Fade-In rein, dass es praktisch leise eingefadet wird, die Lautstärke langsam hochgezogen wird und der Atmer ist dann jetzt in dem Fall komplett weg oder ich fade ihn eben leise ein. Das funktioniert eigentlich in jeder Musiksoftware so ähnlich, dass man hier oben zieht und dann so ein Fade-In macht. Wartend. Okay, hier auch wieder, er atmet hier. Man kann jetzt, das ist so ein bisschen Geschmackssache, man kann die Atmer jetzt komplett rausschneiden. Allerdings klingt das ein bisschen seltsam, weil Sänger atmet ja natürlich auch, wenn er singt. Deswegen mache ich in so einem Fall immer die Atmer einfach leise oder mache da ein Fade-In. Also ich schneide jetzt hier wieder durch, bei dieser Tranche, beim Ende von dieser Tranche nenne ich es jetzt mal. Atemt. So, bis hierhin hat er gesungen. Schauen wir mal, wo er atmet. Also ungefähr hier fängt er an zu atmen, ne? Okay, und den Atmer mache ich einfach kürzer und fade ihn ein, sodass er ein bisschen leiser ist, aber trotzdem noch da ist. Man hört also den Atmer noch, aber wesentlich leiser als im Original. Hier auch wieder, hört ihr den Atmer? Genau, dieses Atmen und wenn das, ich mache hier dann immer ein Fade-Out bei sowas so ein bisschen, dass es sauber rausgeht. Ja, dass es sauber rausgeht. Und so arbeite ich mich jetzt einfach weiter vor. Auch hier würde so ein Fade-In machen. Okay, so arbeite ich mich jetzt Stück für Stück im ganzen Song vor. Was ist hier? Hier ist ein sehr lauter Atmer zum Beispiel. Okay, also schneide ich auch wieder hier. Fade-In, Fade-Out, kurz nochmal gegen hören. Ist ein bisschen zeitaufwendig, aber... Durch den Sturm. Ja, so geht das weiter. Immer weiter, immer weiter. So würde ich jetzt weitermachen im kompletten Vers. Und wir gehen jetzt mal in den Chorus. Hören uns das mal an. Hier kommt noch eine Zweitstimme dazu. Wir bleiben aber jetzt erstmal bei dieser Solostimme hier. Jetzt allein Um endlich bei dir zu sein Hier mache ich es auch wieder so, oder? Dass ich auch nur die Teile habe, wo der Sänger wirklich singt, wo Stille ist und ich dann nur das Playback von seinem Kopfhörer höre. Das brauche ich nicht auf meiner Aufnahme drauf zu haben. So müssen wir uns jetzt hier vorarbeiten. Stück für Stück. Also, das haben wir gemacht. Und hören wir uns nochmal ganz kurz den Refrain an. Mit Gitarre. Ohne Atmer. Nur mit ausgefadeten, eingefadeten Atmern. Um endlich bei dir zu sein Um endlich bei dir zu sein Ihr hört es also deutlich Wir haben keine Man hört die Atmung noch leise Man hat aber keine Störgeräusche oder sonstiges Was uns hier auf die Nerven gehen könnte. Vielleicht habt ihr es auch gehört Hier ist ein ganz übler Ein ganz übles Popgeräusch drin Das ist so grenzwertig, dass man eigentlich sagen müsste Hey, das müsste dir eigentlich nochmal einsingen Das ist so grenzwertig, dass man es eigentlich fast nicht verwenden kann. Das ist so grenzwertig, dass man es eigentlich fast nicht verwenden kann. Also, sie haben vielleicht keinen Pop-Up-Schutz benutzt Oder haben ihn nicht richtig drauf geschraubt Oder wie auch immer Da muss man jetzt versuchen, das Beste draus zu machen. In diesem Falle Müssen wir das jetzt machen. Das ist ein Worst-Case-Szenario Oder man muss eben versuchen, diesen Knackser hier Hier sieht man ihn deutlich rauszumachen Es gibt die Möglichkeiten Hat auch fast jede Musiksoftware hat diese Möglichkeit Fast heutzutage Da muss man sein Glück versuchen Ich glaube, wir sind hier Ja, hier ist es Da ist der Knacks Da will ich rein Und ich kann jetzt versuchen, diesen Knackser praktisch manuell wegzumachen Manchmal hat man Glück Das war dieses Pop-Geräusch hier Und ich kann jetzt versuchen, den Knackser einfach hier zu übermalen Zu löschen oder zumindest kleiner zu machen Schauen wir mal, ob es hier erfolgreich war Na, hier Es ist besser geworden Ich versuche nochmal hier Ich glaube, es geht so hier los Also das ist so ein bisschen so ein Spiel mit dem So eine Heunadel Stecknadel im Heuhaufen Dass man den richtig trifft Und wegkriegt Und auch nicht den Konsonant dann am Ende wegschneidet Das würde ich sagen, war ein gelungener Rettungsversuch Also das war jetzt ein Extrembeispiel Ja Okay, also um solche Sachen müssen wir uns kümmern Knackser kann man auch wegmachen mit dieser Methode Das gelingt aber nicht immer Muss man ganz klar sagen Es gelingt nicht immer Wir schauen uns jetzt mal die beiden Stimmen untereinander an Das gehört auch zum Vocalediting Das heißt, ob kommen beide Stimmen genau aufeinander Also ich lasse mal beide laufen mit Gitarre Um endlich bei dir zu sein Ich spüre mal ein bisschen weiter Okay, hier hinten waren sie nicht aufeinander Ja Okay, also hier hört man Hier hört man, dass dieses Weinst Dieses St von Weinst Ist nicht aufeinander Hier sind die S-Laute Sieht man deutlich Das sind meistens diese dicken, verdichteten Wellenformen hier St Das ist das T Das ist das S Und er ist hier Zu früh Also die Backing Vocals sind zu früh dran Die wollen wir jetzt Jetzt gibt es die Möglichkeit Die Backing Vocals drauf zu schieben Ich habe vorhin schon den Flex Modus angeworfen Monophon Monophon ist ein Flex Modus für Einzelstimmen Einzelinstrumente Die Flex Modi sind eigentlich auch bei jeder Musiksoftware Es gibt Monophon für Einzelstimmen Polyphon dann für Gitarren Also Material, das mehrstimmig ist Rhythmisch Oder Teilen für perkussives Material Da muss man ein bisschen mit rumspielen Aber in dem Fall werde ich jetzt Monophon Und ich versuche jetzt Also diese Background Vocals Hier nach hinten zu schieben Ich weiß nicht so ganz was das ist Das ist schwierig hier Zu erkennen Ich kann jedenfalls Versuche hier das S drauf zu schieben Das ist auch gelungen Jetzt ist es aufeinander Okay wir haben jetzt irgendwie alles verschoben Das war nix Ah ja okay Ich habe alles nach hinten geschoben Das ist der Vorführeffekt jetzt hier Mensch So aber jetzt muss es passen Oh und wie schön Ja also genau aufeinander Gut Also ich habe es hier richtig hingeschoben Das ist wichtig Dass also die Vocals und Backing Vocals aufeinander sind Weil sonst haben wir das sehr verwaschenes Bild Jetzt hören wir aber auch Dass natürlich dieses S-T sehr sehr prominent kommt Sehr sehr laut ist Das schneidet so durch den Mix Hören wir es nochmal an Und da kann man jetzt wirklich ganz gnadenlos Die S-Laute Bei den Backing Vocals abschneiden Und weglöschen Da kann man wirklich ganz gnadenlos vorgehen Auch wenn man im ersten Moment denkt Gott das wird das können wir nicht machen Doch das kann man machen Hoppla Wir schneiden dieses komplette S jetzt hier ab Völlig gnadenlos Und wenn ihr sowas schneidet Solltet ihr immer beim Nulldurchgang schneiden Da habt ihr dann keine Knackse oder sonstiges Der Nulldurchgang ist das hier Das nennt man Amplitude Diese Wellenformen Die positiven, die negativen Werte Und hier ist der Nulldurchgang Da solltet ihr versuchen Euren Schnitt zu setzen immer Weil ihr dann später nicht in die Gefahr lauft Knackser zu haben Jetzt hören wir uns das mal an Ich habe jetzt gnadenlos hier Das S-T abgeschnitten Von den Backing Vocals Ob das so geht Man merkt Nichts Und es ist viel weniger Von den S-Lauten da Nochmal Wie gesagt Ich komprimiere nachher die Spuren Mach sie lauter Versetze mit Effekten Und dadurch kommen diese S-Laute Viel prominenter raus Das wollen wir nicht Deswegen schneiden wir das hier einfach Okay Jetzt wollen wir nochmal kurz Beim Vers schauen Hier bei den Lead Vocals Ob er hier auch Richtig überall drauf sitzt Auf der Gitarre Gehen wir mal hier in den zweiten Vers rein Ich will raus Ich hab genug Von diesem dunklen Traum Die Zeit steht still Durch den Regen lauf ich Jetzt allein Das jetzt allein Ist ein bisschen seltsam Das ist glaube ich nicht so ganz Durch den Regen lauf ich Jetzt allein Kommt meines Erachtens Ein bisschen zu früh Vor dem Beat Also speziell dieses Jetzt allein Wenn hier eine ganze Passage Zu früh oder zu spät kommt Dann können wir einfach Müssen wir nicht unbedingt immer Unser Flex Tool benutzen Sondern wir können auch Jetzt einfach uns Diese Passage hier rausschneiden Ich schaue nochmal Ob da hinten Geräusche kommen Die ich nicht brauche Jetzt allein Nee, aber wir schneiden hier einfach ab Weil das brauchen wir nicht Fällt auch hier wieder aus Fällt hier rein Und ich glaube Es sollte auf den Das heißt Weint es oder zu weit vorne Oder zu weit hinten Das ist jedenfalls irgendwie komisch Ich würde eher sagen Dann nach vorne ein Stück Vielleicht So ist es besser Okay, nochmal Die fährt ein bisschen weiter vorne Okay Also ich denke, ihr seht Wo die ganze Sache hinführt Ja Wir rekapitulieren nochmal Als erstes Hören wir uns Die Spuren Alle mal durch Trocken Den trockenen Mix Dass wir überhaupt So wissen Um was es geht Was es für ein Song ist Was auf uns zukommt Dann Wenn es dann Ans Bearbeiten Der Vocalspur geht Schaue ich erst Nach Störgeräuschen Nach Atmern Oder sonstigen Trittschall Sonstiges Was mich stört Und Schneide das raus Oder Fade Atmer rein Und raus Also Ungewolltes Material Weg Das wollen wir nicht Verstärken Verstärken nachher noch Mit einem Kompressor Das schneiden wir raus Und faden das aus Oder ein Im zweiten Schritt Schauen wir dann Ob Der Ob die Lied Unsere Lied Vocals Sauber Auf dem Beat Raster Sitzen Das heißt Singt er zu früh Oder zu spät Im Timing Müssen wir einige Passagen Einige Sätze Ein bisschen nach vorne Oder auch nur Wörter Nach vorne Oder nach hinten Schieben Dass sie schön Im Groove Raster hängen Dass wir nachher Kein verwaschenes Bild Bekommen Und Als nächstes Schaue ich dann Die Falls wir Backing Vocals Haben Schaue ich mir dann An Wie Die Meine Lead Vocals Im Verbund mit den Backing Vocals Funktionieren Das heißt Ist das Timing Sitzen die sauber Alle im Timing Oder Fängt einer Das Wort Eine Sekunde Früher an Und Eine Sekunde Später Dann Wirkt sich das Auf die Sprachverständlichkeit Aus Ich verstehe Gar nichts mehr Hören die Worte Zusammen mit den Lead Vocals Auch gleich auf Wie wir es jetzt Hier gemacht haben Am Schluss Wenn nein Dann sollte ich Das verschieben Dass es Gemeinsam Aufhört Die Wörter Das klingt Sonst auch Komisch Und Meistens Kann man das Wirklich so machen Dass man bei den Backing Vocals Erstens mal die Atmer Ganz raus Löscht Vor allem aber Die S-Laute S- und T-Laute Und Zischlaute Komplett Mutet Ihr habt gemerkt Das kann man also Ohne Probleme machen Es fällt nicht Weiter auf Dass dann Anstatt Zwei Oder drei Oder vier Nur einer Das S-T Oder S Am Schluss Sinkt Das kann man Gut machen Und hat nachher Dann keine Probleme Wenn man verstärkt Oder komprimiert Mit Effekten Dass Das dann zu laut Wird Und sich Dass es sich Dann aufschaukelt Und zu laut Wird Und zu sehr Durch den Mix Schneidet Okay Das war's Mit Dem Editing Kapitel Ich hoffe Es hat euch Was gebracht Es hat euch Geholfen Und im Nächsten Kapitel Werden wir uns Dann mal daran machen Einen ganzen Song Zu mischen Bis zum nächsten Mal